Musik Ha, geht doch. So, einen wunderschönen dritten Advent und herzlich willkommen zu Herr Haas Adventskranzkalender. Heute, wie gesagt, am dritten Advent und da dürfen wir natürlich als allererstes mal drei Kerzen anzünden. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich auf jeden Fall die beste Brillenmode für diese Weihnachtszeit für euch aufgespürt. Wenn ihr da noch ein paar modische Tipps für den Weihnachtsbaum braucht, ihr wisst, wen ihr anrufen könnt, nämlich Herr Haas. So, also, heute dreht sich alles um mein absolutes Lieblingsessen und das wisst ihr sowieso schon, was es ist. Es dreht sich alles um Kekse. Vielen Dank, Lati. Und zwar um diese Dose Kekse. Ihr könnt heute was richtig, richtig Cooles auch dabei gewinnen. Und das ist auch überhaupt gar nicht schwer. Das funktioniert so. Ihr müsstet euch mal diese Keksdose ganz genau anschauen und überlegen und schätzen, wie viele Kekse hier so drin sind. Eine ungefähre Tagesration von mir in der Vorweihnachtszeit. Nein, also, es sind schon ein paar mehr. Es sind, ja, mehr als einer. Und ansonsten gebe ich aber keine weitere Hilfestellung. Ihr guckt euch das hier mal ganz genau an und kommentiert unter dieses Video eure Vermutung, wie viele Kekse in dieser Herr Haar Keksdose sind. Also, eure Antwort, kommentieren und dann habt ihr die Chance, auf was richtig, richtig Cooles zu gewinnen. Nämlich eine der aller, allerletzten streng limitierten Herr Haar Fancaps für Kinder. Genau. Genau. Die könnt ihr gewinnen, indem ihr die richtige Antwort, wie viele Kekse befinden sich in dieser Dose, kommentiert. Also, ganz, ganz viel Spaß. Euch einen wunderschönen dritten Advent. Wir sehen uns allerspätestens in einer Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Tschüss, macht's gut. Euer Karate. Tschüss, macht's gut.